Eilmeldung, Legalisierung. Es geht los. Nein, es geht noch nicht los, aber ich habe zwei gigantisch gute Neuigkeiten und eine weniger gute Neuigkeit. Aber seht selbst. Wir haben eine riesige Erleichterung, die uns wahrscheinlich bevorsteht, nämlich die Änderung der Grenzwerte im Straßenverkehr. Eine riesige Belastung für Konsumentinnen und Konsumenten. Und bis vor wenigen Wochen hieß es aus dem Verkehrsministerium noch, dass sich an den Grenzwerten im Straßenverkehr nichts ändern wird. Es soll ja schon nach der Sommerpause die erste Säule der Entkriminalisierung kommen, sodass kleinere Mengen bis zu 25 Gramm der Besitz legal ist und der Anbau bis zu drei Pflanzen. Aber bis vor kurzem hieß es ja noch aus dem Verkehrsministerium, dass sich an den Grenzwerten im Straßenverkehr nichts ändern wird. Das Verkehrsministerium sah keine Veranlassung an den Grenzwerten etwas zu ändern und wollte den Grenzwert der Rechtsprechung, also den Gerichten überlassen. Ein riesen Problem für alle Konsumentinnen und Konsumenten, weil wir aktuell einen Grenzwert haben von einem Nanogramm pro Milliliter Blut sehr hoch. Klingt wie ein sperriger Begriff, ist es auch, aber ein Nanogramm ist sehr, sehr, sehr wenig. Konsumentinnen und Konsumenten haben nämlich ein gigantisches Problem und das nennt sich Paragraph 24a Absatz 2 Straßenverkehrsgesetz. Wer unter der Wirkung eines berauschenden Mittels ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Ja okay, unter der Wirkung eines berauschenden Mittels sollte ich nicht fahren. Ja klar, was ist jetzt die Wirkung eines berauschenden Mittels? Dann gibt es noch den Satz 2 und der sagt, Wirkung eines berauschenden Mittels liegt vor, wenn die Substanz im Blut nachgewiesen wird. Dann denkt man sich jetzt als Laie, ja ist es jetzt Wirkung oder ist es jetzt nur der Nachweis im Blut. Und deswegen behilft sich die Rechtsprechung damit, dass sie sagt, ja irgendwo muss da schon eine Grenze her und deswegen sagt die Rechtsprechung seit langer Zeit, es gibt den sogenannten analytischen Grenzwert. Das heißt, der bloße Nachweis im Blut reicht nicht, sondern es muss zumindest möglich erscheinen, dass eine Wirkung gegeben ist. Und dabei benennt die Rechtsprechung aktuell 1,0 Nanogramm. Problem dabei, 10 Uhr abends ein Joint, am nächsten Tag in die Arbeit fahren, bist du drüber, wenn du Pech hast. Bedeutet für dich 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot. Als Ersttäter. Das kann jeder noch irgendwie verschmerzen, weil ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte, okay, das kriegt man irgendwie rum. Auch wenn man beruflich aufs Auto angewiesen ist, ein Monat kann man irgendwie überbrücken mit Urlaub, keine Ahnung. Aber dann wird es böse. Beim Verstoß geht es an die Führerscheinstelle und in den allermeisten Fällen ist man dann in der Entziehung der Fahrerlaubnis mit MPU und allen negativen Konsequenzen. Heißt sechs bis zwölf Monate Führerscheinweg mit Abstinenz, MPU und allen Kosten und negativen Folgen. Und jetzt kommt unser Verkehrsminister Volker Wissing vor einigen Wochen im Bundestag. Unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass der legale Konsum dann nicht auf Umwegen durch das Verkehrsrecht quasi konterkariert wird. Das klingt doch schon mal sehr vernünftig. Im Gegensatz dazu, dass während der ersten Entwürfe der Legalisierung es noch aus dem Verkehrsministerium hieß, ja, wir überlasten das den Gerichten. Das müssen erstmal die Gerichte klären. Das geht den Gesetzgebern nichts an. Und jetzt wird es immer konkreter. Und dann gab es die Mitteilung Ende Mai. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir arbeiten an einer Anpassung der Grenzwerte. Wir, das Verkehrsministerium. Wir arbeiten an einer Anpassung der Grenzwerte. Das Verkehrsrecht wird nicht auf Umwegen den dann legalen Konsum konterkarieren. Gerne verweise ich zudem auf die Regierungsbefragung bla bla bla. Das klingt doch sehr vernünftig. Und jetzt wird es immer konkreter. Aktuell wird eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe im Verkehrsministerium zusammengestellt mit Experten aus Medizin, Recht und Verkehr. Und diese sollen die THC-Grenze im Rahmen von §24a Straßenverkehrsgesetz untersuchen und ermitteln. Das bringt uns zwei hervorragende Nachrichten. Erstens, meiner Ansicht nach geht es jetzt nicht mehr darum, ob der Grenzwert erhöht wird, sondern wie weit er erhöht wird. Ob es jetzt die besprochenen 3,5 Nanogramm sind, 4, 5, vielleicht 2, man weiß es nicht. Aber Hauptsache, es wird erhöht. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und der zweite Riesenvorteil für Konsumenten, wenn wir bei 2, 3, 3,5 Nanogramm keine Ordnungswidrigkeit mehr haben, das heißt, ich kann am Straßenverkehr teilnehmen mit diesem aktiven Wert, dann bekomme ich auch keine Probleme mehr mit der Fahrerlaubnis. Dann haben wir noch das, zwar das riesen Damoklesschwert, Problem des regelmäßigen Konsums, unabhängig vom Straßenverkehr. Aber wie viele Fälle gibt es mit 1,5, 2 Nanogramm, die deswegen den Führerschein verlieren, weil dann die Akte an die Führerscheinstelle geht. Hier sind wir auf einem gigantisch richtigen Weg.